Die Funktionalanalysis ist der Zweig der Mathematik, der sich mit der Untersuchung von unendlich dimensionalen topologischen Vektorräumen und Abbildungen auf solchen befasst. Hierbei werden Analyses, Topologie und Algebra verknüpft. Ziel dieser Untersuchungen ist es, abstrakte Aussagen zu finden, die sich auf verschiedenartige konkrete Probleme anwenden lassen. Die Funktionalanalysis ist der geeignete Rahmen zur mathematischen Formulierung der Quantenmechanik und zur Untersuchung partielle Differentialgleichungen.